Den Mozart mit Dirigent und Pianistin einer Person zu spielen, finde ich eigentlich sehr schön, weil es sofort ein kammermusikalisches Gefühl ergibt. Also wenn der Dirigent am Klavier sitzt, dann sind wir noch mehr für uns selbst verantwortlich und müssen total aufeinander schauen und aufeinander achten, dass wir wirklich zusammen sind und ihm gleichzeitig auch folgen. Das ist eine totale Herausforderung, aber auch sehr schön, weil der Söhlist spielt das Konzert ja auch sehr schön.